Okay, wo ist das Play? Hallo Leute, ich bin's, der Busfahrer von Köln. Wir fahren heute via die Hauptschule mit Longbus Driver 2. Okay, auch da ist das Startgame. Wir dürfen uns eine Farbe aussuchen. Oh, cool. Ich bin eigentlich für sowas. Das ist eigentlich ganz cool, oder? Oh, guckte ich das an. Gelb und Rot und Blau. Boah, da ist alles so schöne Farbe, aber welche Farbe wird der Kölner Bus der Hauptschule haben? Rot und das sieht cool aus. Ja, da steht Start. Okay, continue. Da sind wir! Oh, wir fahren los, Leute! Wir sind ein Köln! Achtung! Wir sind... Oh, ich hab ein Umgebracht! Sind ihr das da? Ah! Ah! Nöööööön! und zeigte der rote frei das ist schön dass das spiel auf wollte immer nämlich auch in köln den roten blitz müsst ihr wissen wir wollen in schwimmbad fahren kein problem und da wollen wir hin kein problem ich finde alt da muss ich aber ordentlich einparken ja wartet doch mal macht man schickt mal kein stress hallo hey wundern ich habe ihn umgebracht der war da einfach continue hallo kölner busfahrer ist wieder da und die straßen unsicher zu machen glaubt ihr ich kann auch größeren schaden anrichten sich jetzt schon durch kann ich ja noch mal platz da was glaubst du wer du bist geh aus dem weg auch so ihr dürft überfahren oder was da dringelt was war das guck mal mein bus an habe ich so angemalt mit mit spider spiel richtig schön ok leute play ich will games starten continue ne was macht der da unten der 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 geht richtig ab hab ich nicht gesehen sorry ich bin richtig schlecht geworden ich glaub ich fahr mal so rum sonst hab ich ein problem die laufen auch gegeneinander die sind was macht der da die fahren einfach über die menschen ok ja das ist doch nice wa next level leute beste spiel überhaupt glaubt ihr dass siebte levy gibt es eine neue stadt dann bin wir nicht mehr in köln sind wir in berlin hallo kinder ich fahr euch das zählt nicht oder was ja komm jetzt dahin komm schon es zählt doch wohl hallo ich bin drauf alter alter boah man das will ich gar nicht so okay mach mal platz da du blaues auto mach mal platz da du blaues auto das spiel das spiel funktioniert ja nicht mal richtig warum spiel ich das was macht es da ich hab die kontrolle hoff hilfe hilfe helfe 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 jetzt alles ob ich bin voll drauf bin ich halt explodiert play again start game continue so würde jetzt ein normaler busfahrer fahren hier so so oh hat geklappt ok nächstes level sorry man warte können wir da nochmal ich bin mir sicher so nicht so schnell vergleich auch nicht einpacken können ich habe damals nein 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 führerscheiben den platz gemacht junge dame ich will aber seines wenig wollen darfst ich bin busfahrer den platz ich fahre die schüler von österreich ist alle hinten drin platz da was glaubst du werden bist du unfähiger fahrer ist das der bahnhof aber hier auch gestaltet dort wir müssen mal drehen damit wir ordentlich hier reinfahren können Opa will ein das ist wie bei Oma nein ist Opa und da was ist das ist der easy game ich habe alles im Griff Leute Oh, alles im Griff. Junge Dame, wir hatten das Haus dahin gesetzt. Oh, guckt euch das an. Die Welt hat was gegen Busfahrer. Zuerst Straßen schildern jetzt schon ganze Gebäude. Oh, dich übersehen, war mein ich, junge Dame. Wir wollen ja keine toten Kinder unterm Reif nahmen. Uiuiuiui, rein da. Ein paar Kinder. Ich will noch in der Mitte fahren. Ich fahre schon immer der krasse von den Busfahrern. Mein Studium hat damals in Köln angefangen und jetzt Lennplatz. Uiuiuiui. Ich bin der Busfahrer von Lennplatz. Oh, oh, wir müssen jetzt in eine ganz böse Ecke fahren. Wo sind wir denn hier? Kann ich über das Grüne fahren? Kann ich abkürzen? Oh, nice, Abkürzung. Oh, hier darf ich nicht hin. Aber ich darf doch wollen. Uuuuuh. das habe ich damals gelernt damals ich hauptschule war da war mein traum schon immer busfahrer sein schon immer und jetzt mein traum wird in erfüllung jetzt fahre ich durch österreich schön durch den landplatz ich bin der busfahrer so hier brauchen wir so parken nämlich alle profis die welt der du blaues auto ich bin auf der überholspur wo muss ich hin ich sehe keinen feil nach oben hier wartet mal ein platz ist so groß ich finde den weg nicht stopp so der wollte nicht hören der ist einfach zu nah an mich ran gefahren junge er wollte mir die vorfahrt nehmen wo falsche leute auch dann drehen wir hier mal hier können wir gut drehen hier ist gut platz junge aus dem weg hier ist der busfahrer der könig der straße hier heißt es angefahren oder gefahren werden oh ja man mein traum war schon immer oh gott hilfe hilfe junge taxi geh weg denkst du hast das recht so gegen mich zu fahren so wisst ihr es gibt im beruf des busfahrers verschiedene bezeichnungen des berufs und zwar es gibt es dann fahrer das ist das was ich bin das sind die die auf der autobahn der dritten spur fahren ich habe auch schon mal das team gefahren zu ihrem einsatz packen ich bin da hallo kann es sein dass das nicht funktioniert weil ich verkehrt um bin ergibt das sinn Achtung ihr grünmännchen sich als abstand keine toten bitte bin da zählt das ja wohl kein problem gut durch an der der menschste aber auch nicht weggehen Junge, mach Platz da Was brauchst du auch so lange Scheiß auf Zebrastreifen Ich hab Zebra zu Hause Ich darf das Ich bin der Busfahrer aus Köln Heute fahren wir durch Lennplatz Alles Platz da Platz da hab ich gesagt Platz da Platz da auf den Zebrastreifen Wenn ihr leben wollt Da Da muss ich parken So, bin da Kein Problem, wir kürzen auch gleich so ab Dann können wir gleich rüberfahren So, gleich hier lang Ja, easy Verkehrsdruck oder was? Ja, kein Problem Dann nehmen wir den Hintereingang Ups, was ist das? Da parken, ähm, Waffen Leute, wartet mal, bitte Okay, danke Ups Ups, so will ich das nicht Ey Gleich ist mein Bus tot Wartet mal Bin ich da durch? Natürlich nicht Weil, wir müssen mal Retreaten So Als ob Oh Der denkt auch, der darf hier lang laufen, wo er will Ne, darf er nicht Ich bin doch wohl da Hallo Oh Darf ich das? Okay Ich bin durch mit dem Landplatz Ich muss sagen Die Kinder Heutzutage Habt ihr das gesehen Mit den Zebrastreifen Und mit den Autos Und so Sehr, sehr Anstrengend Na ja Dann mal gucken Wo mich der Einsatz Zum nächsten Mal hinführt Ciao Ich sehe tote Kinder Das Aaaaaah.